Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Forza Horizon 4 Lego Valley. Wir brauchen nur 30 Steine, dann haben wir schon das nächste Ding, also unser Boot. Gucken wir es mit danach direkt freischalten. Ich würde sagen wir fahren hier einfach mal das Rennen. So, Auto wechseln. Hm, was nehmen wir denn, Mono, Alter. Alter, daraus kann ich auch wieder einen Drifter irgendwie bauen, glaube ich mal. Marzettel 1, Supernova. Na komm, nehmen wir mal das hier. Nicht getunt, Serie, für eine Chevelle. Ah ja, das ist nicht vorher. Das stimmt. So. Ja, ist für eine Chevelle. Entschatten und vorbei. Oh ja, damals hätten die nur vier gegangen. Ich darf hier nicht an Wände oder so kommen. Aber sonst verliere ich Geschwindigkeit, um die Gegner einzuholen. Alter Schwede, bin ich da weggerutscht. Ich wollte nicht locker lassen. Aber die haben mich, die sind da vorne weggezogen, wie sonst was. Na ja, jetzt muss ich mal die Bande mit mir ein bisschen aufzuholen. Hallo. Na guck, die fahren auch in mich rein. Also, alles wieder legit. Wie die zu viel Drift. Und da wird? Wir nehmen hier Anymore. Wir nehmen hier ein Jewish. Wir nehmen hier gegen die gamle ab. Ich wünsche ich hätte Lenkrad und Gasbetal immer wieder. Da hätte ich besser kontrolliert fangen können, aber mit dem Controller ist es manchmal für mich etwas schwerer, diesen schönen Mittelpunkt zu finden, wo du immer immer leicht Gas gibst, damit du ein bisschen Speed noch aufbaust. Dann kommt er das Ziel. Bombspeed und geschafft. So. Hallo Jan, du hast eine ganze Menge Steine auf Vorrat. Was könnte Horizons neuster Meisterbauer wohl an seinem Haus brauchen? Naja, brauchen ist vielleicht übertrieben. Er würde cool aussehen. Und die landet dann in meinem Pool. Genauso wie der Flieger auf meinem Fußballfeld gelandet ist, oder was? Wir müssen dann auch mal gucken, was alles in so einer Herausforderung ist. Wer hat es gesagt mit dem Pool? Auch neben dem Pool. Ja, eine Yacht. Das gibt ein Super-Wespen. Hallo Jan. Na, ein paar weitere Meisterbauer Anleitungen. 1470 Steine noch. Wow. Zerstören in einem Ordner mit der Aufschrift Gefahr, streng geheimes Lego-Dinosaurier-Projekt. Zerstören in der Tische. Alter, was es hier alle gibt. Zerstören in den Leitern. Die hier müssen wir dann alle mal abkreisen. Das sind alles rennen, die blauen und die lilanen sind alles. Andere schnell-Querfeld-Ein-Rennen-Dinger. Okay, das sind diese Drift-Zonen. Aber die müssten wir auch mal machen, weil das sind ja alleine 500, ey. Ich glaube, auch vorher will ich die restlichen Rennen haben. So, da haben wir noch ein Straßenrennen. Was nehmen wir denn hier mal? Was können wir denn schönes mal fahren? Warum nicht? Mal schön luxuriös im Jaguar unterwegs. Wenn du weiter vorne schattest, musstest du nicht so extrem abbremsen, ey. Warten sind die Lamborghinis und sowas immer eigentlich vorne, ne? Sollte ich auch mal wieder nehmen. Wenn ich nicht so ne Scheiße zusammen fahren würde, würde ich da vielleicht dran kommen. Weil selbst mit dem Lego-Auto komme ich hier besser rum. Das ist so nehmlich. Das ist so nehmlich. Das ist so nehmlich. Das ist so nehmlich. War das schlecht? Zweiter Platz, Erloh. Ah, super. Ja, aber um alle Steine zu kriegen, muss ich Erster werden. Na, Alter. Nerv mich nicht mit den Steinen. Er hat eine hohe Geschwindigkeit. Er hat Eura wenigstens. Ei, 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 das kann ja noch was geben. Ach, das war auch immer. Oh, ja. Oh, ja. Irgendwie bin ich mit dem sogar noch schlechter unterwegs. Irgendwie sind die Gegner auch schlecht an der Weg. Irgendwie bin ich. So jetzt bis zum Ziel dürfen keiner überholen. So jetzt haben wir den ersten aber gewollt. So. So jetzt nehme ich einfach immer nur verschiedene Rally Monster worauf ich gerade Bock habe. So. Und ich weiß schon mit wem ich anfangen. Wobei. Da. Mit dem Civic Coupé. Wie geht's los in die erste Runde? Ich habe den kleinen gerade gar nicht gesehen. Alter. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ging aber Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber egal gewonnen ist geworden hier oben sich die leiste einfach so gut wie gar nicht füllt ja ist ja gut dass das immer angezeigt wird ist 200 sowas nehmen wir mal nehmen wir mal wenn das mal nicht wieder ein fehler war hätte ich nicht aus der aus dort lernen sollen ich bin schon mal unter den top 4 3 dauer ich mir jetzt gleich den zweiten platz wenn er sich nicht wenig im weg gestellt hätte in die linie zu klauen platz 2 sind shit au fuck die haben das wenn das ja so gemacht die ich einfach ein safe punkt dahinter machen können dann wäre ich da richtig geil durchgescheppert so viel mehr top speed hat er auch nicht aber es ist halt mal wieder ein anderes auto selbst mit dem schafft man das rennen hier und gewinnen so fortsetzen hätten wir das auch und damit wären wir am ende der folge angekommen wir sehen uns in der nächsten wieder bis dann haut rein wir sehen uns beim nächsten Mal